Max, bitte. Hey, so zu den Werner-Geschichten, ey. Patrick, wenn du denkst, jetzt wird's besser, ich muss dich enttäuschen. Oh, hör auf. Stichwort Gator-Roll, mich hat ein Video erreicht. Ich habe so viele Fragen. Ist das eine Puppe? Er ist echt rausgegangen, mitten in der Nacht, in dem Schnee. Aber was ist das für eine Puppe? Ihr wisst genau, was das für eine Puppe ist. Kannst du noch mal zeigen, wer das geschickt hat? Um 44 hast du diese Puppe aufgeblasen, schon auf uns rumstehen? Vielleicht war die auch schon aufgeblasen. Ich weiß es nicht. Wie geil, danke dir. Genau das braucht man, um 44, ey. Du bist echt rausgegangen, hast es aufgenommen. Wer hat das aufgenommen für dich? War das deine Frau? Oh, jetzt hör auf. Habt ihr eine gemeinsame Puppe? So, jetzt entspann dich mal. Wahrscheinlich war es sein Kumpel. Aber sich durch den Schnee am roten Ford Fiesta lang zu rollen. Geil. Mit einer... Wie nennt man so eine Puppe eigentlich? Keine Ahnung. Du kennst es doch wahrscheinlich von der Reeperbahn, oder? So eine Puppen. Kennst du die nicht? Wieso soll ich die von der Reeperbahn kennen? Also Björn Werner, ich weiß nicht, was da schon wieder in dieser Tasse drin ist. Aber auch egal. Hast du...